herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge dbd und wir sind zurück jetzt spielen wir heute war sehr an reihe ja der motorsägetypi heute spiel ich mit der habe ich mit den opfer glaube gemacht der 50 prozent blutbonus genau und das werde ich jetzt machen alle leute versucht zu killen eigentlich wollte gestern mit yugi aufnehmen aber es ist schief gelaufen ein bisschen wieso das der yugi musste war unterwegs deswegen deswegen glaube ich dann so wieder alleine folge naja kann man nicht machen so jetzt warte ich kurz bis der fertig geladen hat hoffe ich mit dessen und was ich wollte nur sagen ja ich habe von letzter folge ein kommentar bekommen bitte bitte nicht bitte nicht bitte nicht okay hoffe ich nicht so boah scheiße fuck tschuldigung ich muss die kurzen mein weg aufschalten scheiße wird immer lauter so wo gehen wir also alter ich habe gehe weil ich habe neue perke angestellt dass ich umkreis von ich habe mich umkreis von 14 15 meter höhle durch was aber aber das könnte sein na hallo na alles klar fit am schlitt nein 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 böse ich habe mich komplett verarschen hallo hallo junge was hast du glück danke alter ins haft weißt du das bringt dir gar nichts gell wir gehen nach unten schön unten wir gehen und halten hier auf dich ganz letztes das die muss ein bisschen laufen das ist ja ein bisschen zeit ja die verkacken schon ach so dass der unten meckert schon naja schauen wir mal das war der warte mal lol und dann niemand will ihn retten gell wie asozial sind die typs ich habe mitbekommen da kann man die genettel kaputt machen lasse GETTNOR infekt die 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 Ah ja, was wollten sie noch jetzt schnell sagen? In meinen Kommentaren... Kommentar... Kommentaren? Hab ich gelesen, da ist einer. Yep. Komm her, komm her, komm her, komm her. Denkst du nicht, ich bin blöd oder das? Ja. Ja, super, da ist die scheiß Falle. Eine. Und tschüssi. Alles klar, Jungs. Komm zu mir. Alter, drehen wir um. Gehen wir in den Keller. Dass die halt ein bisschen Chance hat. Außerdem danke, dass hast du diese Falle heruntergemacht. Ich werde jetzt mal die scheiß Falle machen. So. Äh, die steht. Wo war das? Ich glaube da. Ja. Genau. Die scheiß Fallen geben ja manchmal, die Sperrungen nicht fallen. Ich habe einfach mal einen kaputt, haben wir gesehen. Bleibt das? Nö. Eine Gnade wurde gemacht, das ist nicht gut. Was? Ernsthaft? Moment mal. Hä? Jetzt. Wo seid ihr? Ich habe sehr viel Zeit verloren. Gensthaft. Ich fühle ständig mal ein bisschen Stimmen. Das macht mich irgendwie eine Wisse. Leute. Leute verstecken sie gerne hier, geh? Ja komm bang, wir haben sie am Arsch. Also die haben nicht so leicht. glück gehabt will er mir verarschen da ist einer komm mal her ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich na ja da bist du ein bisschen spät dran hoffe hast du gekämpft schon weil du bist sofort tot ich wollte schon zweimal auf mein kommentar drauf geht die haben ja geschrieben weil unter letztes video was was sie haben ja unter das ich sollte nicht so viel kämpf ich kämpf nicht kämpf ist eine stelle bleiben aber ich patrouille immer eine sage zu drei schaue ich ungefähr wo da ist ob jemand da ist oder nicht da gut nein niemand scheiße also haben wir noch drei nein nie scheiße wieso nie mag ich scheiß generator Geh mir auf den Zeiger. Die ganze kleine Tolle. Geh mir auf den Zeiger. Die wurden angefahren. Jungs. Leute. Komm her. Papa macht gar nichts. Ich will nur mit euch spielen ein bisschen. Die Bäume sind ein bisschen auch scheiße. Aha. Hallöchen. Ey Jungschen. Du hörst mir. Was? Wo? Was? Bist du mich verarschen? Bist du mich wirklich verarschen heute? So. Wo ist Häkchen? Wo ist Häkchen? Wo ist Häkchen? Am nächsten Häkchen. Ah, da ist. Ja, ja. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Yeah. Ich weiß doch, ob du. Nein, du lebst noch. Hast du Glück. Ich zeig dir was. Was du tust. Alles. Ich schlisse dich auf. Ja. Ja, befreu dich. Ja. Kannst du machen. Kannst du machen von mir aus. Und sofort sterben jetzt. Die dummste Idee, welche kannst du machen. Ja, gut. Ah. Hi. Die dummste. Ja. Du weißt, was ist das? Ja, ich schluss. Ich schluss. Ja. 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 Ich schluss. Ich schluss. Ja. Ja. Fuckin' Gott, ernst? LOL Die haben sich befreit Moment mal Na, guck, guck Wen haben wir hier? Hallo? Aufheben? Gut Ja, ja Ja, ja So, so bist du gleich dort Epp Da bist du Hier noch zwei Und drei Geniton Das ist scheiße Haus für die Die haben kein Teamarbeit Das fehlt denen da Nur einer oder Einer oder zwei Welche habe ich jetzt getötet? Die haben mit Teamarbeit gemacht Eigentlich Ich bin voll Voll Noob Warte mal, was? Nipp Ich habe deine Geräusche gehört, gell? Was willst du mir verarschen? Wieso geht er aber an der Seite? Ich wollte ihn aufheben Komm her, komm her Ah, ja. Da ist es noch Ja, ja Ja, ja. Oh, Luke! Geil! Hi! So! No, leider, nej! Scheiße! Oh! Das ist hier noch, da zwei! Hm! Alter! Lass! Nein! Die hat das fucking gefunden! Fick! Aber egal! Aber haben wir! Nein! Lol! Sollte ihr den fucking Sack kämen? Ah ja! Aber Lobby war gut, finde ich! So! Wie viel habe ich überhaupt die Punkte bekommen? 1000! Nur 10.000! Wieso im Verarschen? Ja, aber die Bond ist doch! Naja, halb so wild! Aber das fände ich schon kommen! Wieso 10? Hä? Ich verstehe selber nicht! Naja! Egal! Leute! Ich würde sagen! Das war's! Und wir sehen uns! Nächstes Mal! Küsschen mit dich! Ja, wir sehen uns! Nächstes Mal! Das war's! Das war's! Nächstes Mal! Wir sehen uns! Wir hören uns! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.